Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im neuen Video. Es geht heute um Zweige. So, es ist Zweigezeit und es ist Frühlingszeit und hier ist zum Beispiel schon ein ganz tolles Beispiel, das ist eine Korkenzieherweide und wer immer auch zu Hause eine Bodenvase hat, das ist natürlich für die Ostertage jetzt ein echter Augenschmaus und ich musste mal wieder mit euch in den Hof gehen, um euch diese tollen, tollen Sachen zu zeigen. Aber es gibt ja nicht nur Korkenzieherweide, es gibt noch viel mehr schöne Sachen. Wir haben hier auch einen Rosmarin mit Knospenansätzen, ja, diese kleinen grauen Teilchen sind Knospenansätze, lässt sich super dazu dekorieren. Wir haben Magnolienzweige, diese Zweige sind extra nicht auf Wasser gesetzt, damit diese schönen pelzigen Knospen erhalten bleiben und es gibt natürlich auch frisch geschnittene Zweige. Ich habe mal meine Astschere mitgebracht. Hier haben wir Korkenzieherhaselnuss, die ja immer so dekorativ ist und so wunderschön. Die trennen sich auch nicht so gern voneinander, aber die kann man auch ganz toll dekorativ trocknen lassen, wunderschön. Und ja, wir kommen jetzt so langsam zu den wahren Schätzen meines Gartens. Mesen, ja, auch hier Obstbaumzweige mit ihren tollen Flechten. Ja, man sieht, wir wollen immer gar nicht alle so auseinander gehen, aber hier sieht man auch diese Flechten, die so schön sind mit diesem tollen farblichen Muster, dieses Grau-Gelb. Und Obstbaumzweige lassen sich wunderschön auch an gepflanztes, einfach ein schöner Zweig dranlegen. Die werden natürlich von uns hier gehortet. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den schönsten Zweigen für die Ostervase. Und das ist hier, das sind die Magnolienzweige. Das ist echt die Königin der Ostervase. Ja, die Magnolienzweige, die sind wirklich das Schönste. Und ich suche jetzt einfach mal zwei ganz tolle aus. Und die möchte ich auch gern in eine Vase schön dekorieren. Ich muss allerdings natürlich ein bisschen suchen, bis ich die richtige Größe finde, bis das perfekt passt. Und ein ganz wertvoller Helfer bei der Suche und bei der Auswahl und um das zurechtzuschneiden, ist natürlich wie immer meine tolle Astschere mit diesem Amboss-System. Diese Astschere empfehle ich immer total gern, weil die einfach super schneidet. Und da ist dann alles wie in Butter. Also hier ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wir überlegen immer, wie schneiden wir das am besten. Hier würde ich jetzt hier schneiden und dann kann ich diesen Teil immer noch verwenden. Und der lange Teil lässt sich für was anderes verwenden. Und mit einer kleinen Gartenschere würde ich jetzt natürlich hier ewig umeiern. Aber mit dieser tollen Astschere ist das kein Thema, mal so einen schönen Schnitt zu machen. Und ich glaube, jetzt haben wir mal ein paar hübsche Zweige. Das sieht jetzt doch schon gut aus. Ja, das gehört wieder zum Obstbaum. Also ich versuche auch die Zweige hier schön Sorten reinzulagern. Das Ordnung finde ich immer gut. Ich habe auch drin Ordnung gemacht, weil wir gehen jetzt gleich mal und suchen einen ganz tollen Korb dafür, weil ich habe nämlich eine super Deko-Idee. Gleich geht es in den Laden. So, die Zweige habe ich schon mal im Arbeitsbereich gesichert. Und immer wenn ich hier reinkomme, dann muss ich euch doch nochmal ein paar Aktualitäten zeigen, was wir so machen. Hier ist zum Beispiel ein ganz tolles Nest. Ja, ein kleines Nest. Also auch unser Straußenei, das wird auf Heu gebettet. Und das ist ein Nest mit Magnolien, auch Magnolienzweigen und Magnolienknospen. Ich muss das mal drehen, dann sieht man das. Hier sieht man diese schönen, pelzigen Magnolienknospen mit perlhohen Federn. Also dieses Nest, das würde ich auch versenden. Das wäre kein Problem. Per Post schickt mir bei Interesse einfach eine E-Mail an youtube.flowerstyle.de Straußeneier sind sehr robust. Ja, der hier sieht man, die kann man richtig schön klopfen. Da kann man sich sogar theoretisch draufstellen. Aber ich will das jetzt mit meinen nicht ausprobieren. Auf jeden Fall sind die so robust, dass die den Weg zu euch natürlich auch aushalten würden. Das ist eine sehr schöne Deko-Idee zu Ostern. Dann wollte ich euch mal als kleinen Ausflug zum Thema hohe Vase. Wir hatten ja ganz tolle Videos mit der hohen Vase. Die blende ich euch nochmal ein in den Infocards. Und diese hohe Vase, die haben wir jetzt österlich dekoriert. Und hier haben wir auch wieder einen Magnolienzweig genommen. Der ist jetzt ohne Wasser. Aber ein Magnolienzweig ist so schön stabil, dass wenn hier jetzt was dranhängt, also die Eier sind super leicht, aber auch wenn ein bisschen was schwereres dranhängt, da gehen die Zweige nicht gleich so nach unten, sondern das ist jetzt ganz toll stabil und ist eine sehr schöne Deko mit ein bisschen Heidelbeere in kleinen Nestchen. Also die Dekos mit der hohen Vase, die sind immer toll, immer wirkungsvoll. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, dann ist natürlich immer die Überlegung, welche Zweige nehme ich? Ich wollte euch einfach mal, Moment, ich wollte euch mal zeigen, es gibt hier eine ganz tolle Bänderweide. Ja, das sind auch irre Zweige. Die sind wunderschön. Weide ist es natürlich, das treibt auch aus. Aber diese Bänderweide, die macht auch trocken noch eine super, super dekorative Wirkung. Die kann man zum Beispiel ganz toll zu Orchideen dekorieren auch. Dass so etwas Schickes mit so einer tollen Schwungform drin ist. Zum Beispiel, ich liebe diese breiten Stücke. Und je wilder die um die Ecken gehen, desto schöner finde ich sie eigentlich. Ja, dann haben wir natürlich, Moment, ich muss erstmal mein Kabel mitführen. So, dann haben wir, wie draußen auch gezeigt, also hier sind auch wieder Obstbaumzweige, die so schön dekorativ sind und diese schönen Verästelungen haben. Und wir machen gleich was mit Magnolienzweigen. Da zeige ich euch, wie man die sehr schön in die Vase einstellen kann. Die Vase war heute Morgen voll, aber wir hatten einfach ein paar Kunden da. Und die leert sich relativ schnell. Aber ich werde wieder was reinholen. Aber wir haben ja nicht immer so viele Zweige. Also bei uns ist jetzt natürlich eine Riesenvase. Aber deine Vase ist sicherlich nicht so üppig voll. Und es hat auch nicht jeder so viel Platz. Deswegen zeige ich gleich eine schöne Dekoidee, wie man auch mit weniger Zweigen die Vase ganz toll dekorieren kann. Und wir haben auch so schöne Ideen gehabt mit Nestern. Ja, Nestern kann man auch, ist natürlich auch wieder Zweige. Ja, hier haben wir hier die Korkenzieherweide, die im Kranz reingearbeitet ist. Und die hier auch so schön lässig noch diese Arbeit umspielt. Ja, es gibt so eine tolle Lässigkeit. Und ich habe mal in einem Video mit Ranunkeln, habe ich die Zwiebeln verwendet von der Hyazinthe. Hier sind Tulpenzwiebeln. Die treiben jetzt natürlich nicht mehr aus. Aber für so dekorative Zwecke sind die ja immer noch sehr, sehr hübsch. Und das ist jetzt so ein österliches Nest mit Bettys. Ja, und jetzt komme ich eigentlich dazu, warum ich hier vorne bin. Nicht nur, weil wir so viele schöne Blumen haben. Nein, ich gehe mal weg von der Bildfläche. Sondern, weil ich bin eigentlich daran interessiert, was unter dem Tisch ist. So, mache ich mal die Zettel weg. Und ich wollte mal gucken, manche von euch haben ja auch Körbe von uns, haben sich schon schicken lassen. Diese tolle, stabile Flechtung. Ich klopfe ganz gerne nochmal drauf, weil ich mag das so gern, wenn die so fest sind und nicht so schnell verwittern. Und da haben wir wunderschöne Körbe. Die Preisschildchen könnt ihr auch gern sehen. Die, also immer so lange Vorrat reicht. Das ist die Mini-Variante. Und dann gibt es die natürlich auch eine Nummer größer noch. Und ich versende diese Körbe auch. Einige haben schon welche von mir geschickt bekommen. Und ja, dann gibt es die auch in so einer... Da habe ich allerdings nur noch drei in dieser schönen White-Wash-Optik. Ich liebe es. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Und dann gibt es diese Körbe. Moment, ich muss mal ein Stück zurückgehen. Dann gibt es noch so was, so was Flaches. Ist auch so für den Terrassentisch sehr gut geeignet. Die, äh, das Körbchen ist eckig. Und was auch eine ganz tolle Variante ist. Wir haben übrigens die Körbe extra hier hingestellt. Wegen Corona als Abstandshalter. Man muss sich ja ein bisschen zu helfen wissen. Hier ist zum Beispiel auch ein sehr schöner Korb. Der, wie so ein, ja, wie so ein Balkonkasten. Aber auch in dieser, dieser tollen Flechtung. Und das ist jetzt aber alles für meine Zweige natürlich noch nicht so gut geeignet. Gibt es hier diese, die nennen sich Dry-Pod. Das ist also ein Kunststofftopf. Aber in, ähm, mit, also als Korb, ähm, dekoriert sozusagen. Finde ich auch genial. Und da hatten wir die schöne Christrosenschale drin. Und das ist natürlich der Vorteil, dass es hier nicht so schnell verwittert. Ja, ähm, und so, jetzt komme ich endlich zu dem Korb, den ich eigentlich wollte. Den finde ich total klasse. Da würde ich gern den Zweig reinmachen. Aber damit der Zweig schön stehen bleibt, den Trick, den zeige ich euch jetzt, weil der kommt jetzt nämlich im Video im Arbeitsbereich. So, ich habe also hier ein bisschen was vorbereitet. Ich habe auch immer schön dekoriert. Es ist mir immer ein Vergnügen, hier schön zu dekorieren. Aber erst mal muss ich immer aufräumen, ähm, damit ich euch auch hier den Arbeitsbereich zeigen kann. So, wir haben jetzt hier diesen schönen Korb. Und meine Idee ist, dass ich die Zweige in eine hohe Glasvase stelle. Die ist jetzt natürlich, ähm, ja, die eiert jetzt natürlich da drin rum. Ähm, klar, das habe ich mir schon gedacht. Aber es ist kein Problem. Weil ich habe auch, ich habe auch Holz, Holzscheite von draußen geholt. Wie ihr natürlich aus einem anderen Video wisst, gibt es hier genügend Holz. Holz vor der Hütte. Und ich möchte gerne mit dem Holz die Glasvase in diesem Korb fixieren. Und damit ich die Glasvase mit dem Holz nicht verkratze, habe ich jetzt auch Papier zum Schutz. Brauche ein bisschen Tesa. So, habe ich jetzt also so ein kräftiges, so ein robustes Papier. Mit dem ich, so, ich glaube, ich muss ein bisschen waschen. Geht leider nicht ganz ohne. So, mit dem Papier schütze ich jetzt diese Glasvase. Das stelle ich jetzt mal da rein. Dann habe ich Holzscheite. Viele von euch haben ja auch selber Holz vorm Haus. Ihr habt mir ja alle erzählt, wie schön ihr nach meinem Holzvideo im Herbst, wie ich hier den Holzstapel gemacht habe, wie ihr auch selber diese tolle Holzdeko gemacht habt. Und, ähm, Holz ist, ja, Holz ist eine wunderbare Deko. Es ist einfach naturpur. Und wir fallen da ja immer wieder schöne Sachen ein. Und hier mit diesem Holz. Ich habe extra auch ein paar so flache Scheite ausgesucht, weil wenn ich jetzt nur große Scheite hätte, dann könnte ich natürlich nicht so schön diese Vase festpanten. Ja, und die Menge hat eigentlich schon fast gepasst. Und das Holz kann ruhig auch ein bisschen rausstehen. Aber ich glaube, das Ziel ist erreicht. Das ist ja echt witzig, dass jetzt der Holzkorb ist genau leer. Das ist jetzt übrigens eine andere Variante vom Korb. Der ist eckig. Also diese schönen Körbe, die habe ich in vielen Varianten. Ich liebe sie. Und, ja, die Vase, die steht jetzt schön fest hier drin. Und ich finde, das sieht auch jetzt eigentlich schon total dekorativ aus. Aber es wird natürlich noch schöner. Ich habe mir noch überlegt, ich möchte eigentlich das Papier und meine Technik, die möchte ich gar nicht so gern sehen. Und damit das verdeckt wird, ich muss jetzt mal Handschuhe anziehen, weil sonst zerschneide ich mir leider die Hände. Und das ist mir schon öfters passiert. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf so oft. Und damit die Technik verdeckt wird, habe ich wieder diesen schönen Rückschnitt von meinem getrockneten Chinaschild. Das ist auch ein ganz besonders schöner, weil die Enten haben diese tollen Löckchen. Und ich lebe jetzt, also was man auch nehmen kann, ist Heu oder Stroh. Und ich lebe jetzt einfach diesen Chinaschild hier in den Korb rein um die Vase rum. Und da wir auch das Thema Ostern haben, passt das sehr, sehr gut dazu. Ich könnte jetzt, im Moment muss ich auch ein bisschen festkriegen. Ja, so. Und die Enten schneiden wir jetzt mal ab. Ganz so wild muss es nicht sein, aber so sieht das eigentlich schon ganz schön aus. So, jetzt kommen wir mit unseren Zweigen. Ach, ich wollte eigentlich noch was zu meiner Astschere sagen. Genau. Erstmal zur Astschere. Also diese Astschere, die ist echt klasse, weil wenn die Hände von der Margit zu kurz sind, dann fahre ich meine Astschere aus und dann werde ich sozusagen, nein, nicht zum Langfinger, aber zum Langarm. Und dann kann ich ganz toll schneiden. Deswegen ist diese Astschere perfekt für mich, so, dass wir im Grunde genommen alles wunderbar schneiden können. Es gibt jetzt mal die kleine Anprobe. Ich glaube, ich muss auf den Boden gehen, weil mein Laden ist nicht so hoch. Das ist ein ganz, ganz alter Fachwerkladen, aber der ist nicht so hoch. Und ich muss das einfach hier unten machen, weil ansonsten... Ja, das steht eigentlich, eigentlich steht es schon ganz gut. Und man kann, man kann noch einen Ast dazu machen. Es ist ganz gut, dass ich den kleinen hier habe. Man sieht hier übrigens was ganz Interessantes. Hier ist die Magnolie jetzt so ganz, ganz gerad gewachsen. Ja, und das ist immer, wenn man die Magnolie mal geschnitten hat, dann, dann wächst die, ähm, wächst die gern so gerad. Dann schießt die so richtig, als ob die sich wehren würde. Und wenn diese alten Stücke, die so ganz über die Jahre lang gewachsen sind, die wachsen so knorzlig und so, ähm, ja, ich finde es malerisch, die wachsen ganz anders. So, und jetzt, erst mal schön arrangieren. Und jetzt habe ich mir im Grunde genommen schon die Basis dafür geschaffen, ähm, für diesen schönen Korb. Ich nehme den jetzt wieder mit hoch. Moment. Ja, genau, mein Tuch ist auch oben. So, ich nehme den jetzt wieder mit hoch. Und in dieser Basis kann ich jetzt auch, ähm, kann ich jetzt auch eine schöne Deko noch reinlegen, ja. Ich könnte theoretisch auch sagen, ich lege jetzt noch ein Straußenei einfach noch rein. So ganz puristisch, ja, ähm, das ist eine Idee. Ich kann Eier an die Zweige hängen. Ich würde natürlich jetzt, wenn ich die Magnolie, wenn ich diese Blüten haben möchte, dann würde ich auch Wasser natürlich in diese Vase machen, auf jeden Fall. aber wenn die dann geblüht hat, dann ist sie auch kaputt und dann war's, also dann kann man die Magnolienzweige dann leider wegwerfen nach Ostern. Ja, man kann hier noch mit einem, mit einem kleinen Nestchen, ja, das kann man dann auch so reinlegen. Das ist auch eine Idee, ja, als optional. und es ist auch ein Nestchen mit Magnolienzweigen, wie man hier sieht. Wir lieben Magnolie in allen Varianten. Und dann hier habe ich noch eine ganz tolle Idee gehabt, die wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Es geht auch mit frischen Blumen. Und zwar, selbst wenn ich die Zweige trocken lassen möchte, dann kann ich Orchideenröhrchen nehmen ja, ich komme auch mit meinen Orchideenröhrchen gleich zur Kamera. Ich muss aber noch kurz Wasser holen, womit. Ja, so, dann kann ich Orchideenröhrchen nehmen, diese Orchideenröhrchen mit Wasser füllen. Also Orchideenröhrchen kann man immer ganz toll nehmen, wenn man Wasserversorgung bei Blüten gewährleisten möchte und der Rest nicht im Wasser stehen soll. So, dann nehme ich, das ist jetzt natürlich was ganz Besonderes, ich nehme französische Tulpen und die sind, die haben natürlich eine Wahnsinnslänge. Ja, irre. Das ist jetzt die Königin der Tulpen. Ich stecke die Tulpe in das Orchideenröhrchen, die hat also wunderbar Wasserversorgung und kann, obwohl die Magnolienzweige trocken bleiben, kann diese schönen langen Tulpen in meine Vase, ich will sie eigentlich gar nicht so tief, so, genau, so, dass die hier eigentlich hängen bleibt, kann diese, diese wunderschönen Tulpen in meine Vase einstellen und habe so eine schöne Farbwirkung und wenn die Tulpen verblüht sind, dann, dann kaufe ich einfach wieder ein paar französische Tulpen dazu. So, alle paar Tage sollte man natürlich mal schauen, ob die noch genügend Wasser haben. Das ist zwar nicht, dass die das sofort verbrauchen, aber das ist ratsam, weil eine Tulpe kommt auch mit einem geringen Wasserstand aus. Das ist gar kein Problem. Ich schräge die Tulpe, ich schräge die an, weil dann bekomme ich die leichter in das Röhrchen rein. So, genau, ein bisschen Wasser spritzt weg, weil die Tulpe verdrängt Wasser und der Knaller, oder? Und die französischen Tulpen, die haben jetzt natürlich eine wunderschöne Blüte und eine wunderschöne Öffnung fürs Video. Auch ich muss mir immer erst mal ein schönes Plätzchen suchen, dass die Tulpe hier ganz toll zur Geltung kommt, wie man sieht. Aber ich kann die hier, ich kann die hier auch in die Zweige so einhängen. Ja, das ist klasse. Das ist, die kann man, also man kann sich die schon schön arrangieren. Jetzt gucke ich mal, dass die nicht so weit versinkt. Genau so. Sehr schön. Dann mache ich noch eine letzte. Und französische Tulpen gibt es natürlich nicht nur in Rot, die gibt es auch ganz toll in Weiß und man sieht, dass die verschiedenen Sorten sich wirklich verschieden verhalten, weil die hier die neigt sich viel mehr. Ja, das ist auch typisch für eine französische Tulpe, dass die sich so richtig aus der Vase raus beugt. Ja, also ich liebe es, mag nicht jeder. Manche mögen es, dass die eben mehr so aufrecht sind, aber dank unserer Zweige kann ich die natürlich auch sehr schön hier arrangieren und kann die und kann die, ja, dass sie sich so rüber beugt, ja, zum Beispiel. So. Also, das ist eigentlich jetzt eine relativ schlichte Deko-Idee, für die du einfach nur einen schönen Korb, eine tolle Vase, ein bisschen Holzscheite, notfalls, was weiß ich, kann man sich auch sonst leihen, ja, tolle Zweige und was natürlich auch noch eine sehr schöne Option ist, in diesem Korb ist, Moment, ich gucke jetzt mal, was oben und unten ist, wenn du eine schöne Efeuranke hast, diese Efeuranke einfach noch an dem Korb, wenn man sagt, ich immer möchte ein bisschen schönes Grün, kann man auch diese Efeuranke in dem Korb mitlaufen lassen und wenn die vertrocknet ist, die braucht auch kein Wasser, ja, wenn die vertrocknet ist, einfach eine frische Ranke reinmachen und ich bin immer für viel Natur, ich würde jetzt gar nicht so viele Eier da dranhängen, aber das ist jetzt die eine Variante und es kommt noch in einem neuen Video noch eine zweite Variante, also es lohnt sich echt dran zu bleiben, weil ich zeige nochmal, wie du deine Zweige auch nochmal in der zweiten sehr schönen Variante in die Vase einstellen kannst und das gibt es dann im nächsten Video, viel Spaß schon mal beim Nachmachen und bis bald, alles Liebe!